Hallo und herzlich Willkommen zu Papa Wutz ist reich. Von der Mistgabel, das Originalvideo ist übrigens in der Beschreibung. Und ich würde so sagen, let's go mit der Reaction. Chaos. Das Auto der Liebenfamilie Wutz zerfällt unter der unbarmherzigen Maschine von Frau Mümmel. Es gibt Helden auf beiden Seiten. Aua. Das sieht schmerzhaft aus. Mit einem schlauen Schlachtzug gelang es, Papa Wutz ein blaues Auto zu kaufen. Mir nicht. Das stimmt. Guckt euch mal an, wie viele Schalter es hier gibt. Das sind mindestens... Keine Ahnung, wie viele. 5000? Wozu ist der grüne Schalter da, Papa? Äh... What's wrong, Wisschen? Jetzt fährt ihr denn hinterher? Und warum ist hier der blaue? Das ergibt keinen Sinn. Wozu ist der blaue Schalter da? Wozu ist der blaue Schalter da? Wozu ist der blaue Schalter da? Keine Ahnung, weil sie... Achtung! Hallo! Ist das schon wieder Marcel Davies? Das ist doch Marcel Davies. Das ist doch Marcel Davies. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Nicht. Den ist... Und ich... Aber was ist... Zauberfans! Zauberfans... Zauberfans... Musik ist echt cool. Joil. Oh, da bin ich freaky dran, Alter. Perfekt. Ja, genau. Ich nicht. Das ist scary. Das ist scary. Wenn jetzt wieder Monster Davies kommt, dann esse ich den PC auf. Da steht Be-ba-bier. Schaut. Ist das die Burg? Ja, aber das ist die Wetterstein. Komm schon, Auto. Komm schon, Auto. Das schaffst du doch. Achtung! Huah! 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 Papa und ihre Familie haben Bock, Wetterstein. Papa haben ihre Familie streicht. Boah! Das ist Bewe. Ist dir aber hoch. Wir gehen nicht rein. Die Aussicht von oben ist fantastisch. Was für eine Sicht aus. Mami. Das ist der... Ne, das ist das Zuhause von Frau Mümmel. Die Oma und Opas Haus ist so weit weg. Wollt ihr mal durchs Fernrohr schauen? Zwei-dausend. Irgendwann na ganz sicher. Darf ich zuerst rein-lasen? Und dann ist... Warum wollen die da reinblasen? George an der Reihe. Das klingt nicht so gut. George. Na, das klingt auch nicht besser. Ich sehe Mama und Opa. Genau. George winkt Oma und Opa Wutz. Wir rufen an. Na an. Autsch. Opa Wutz. Hallo. Wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Bingt uns mal. Hallo. Opa Wutz. Wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Autsch. Das ist so traurig. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Liken, ein Abonnierter und die Glocke aktiviert, wenn ihr ein Ja liken, ein Abonnierter und die Glocke aktiviert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und... Bis dahin und...